Willkommen bei CollectCast Niederösterreich, dem Podcast, der Einblick in die Landessammlungen Niederösterreich gibt. Diesmal wird der Sammlungsbereich Volkskunde aus dem Sammlungsgebiet Kulturgeschichte vorgestellt. Die Ursprünge des Sammlungsbereichs Volkskunde lassen sich bis zur Gründung des Niederösterreichischen Landesmuseums im Jahr 1911 zurückverfolgen. Die Volkskunde ist eine Wissenschaft, die sich für die Kulturgeschichte der Menschen interessiert, und zwar besonders für die Lebensweise, die Arbeit und den Alltag. In den letzten 100 Jahren hat sich die Art und Weise, wie die Volkskunde arbeitet und woran sie forscht, verändert und weiterentwickelt. Und so veränderte sich auch das volkskundliche Sammeln in der Praxis. Zu Beginn der Sammeltätigkeit wurden ausschließlich Objekte aus dem ländlichen Leben und Arbeiten gesammelt. Das entsprach dem damaligen Fachverständnis der Volkskunde. Die Beschäftigung mit dem Leben auf dem Land war damals noch von einem romantischen Blick der wohlhabenden und gebildeten Stadtbürger geprägt. Handwerk, Volkskunst, Tracht und Volksfrömmigkeit waren die Anknüpfungspunkte einer ersten Systematik des Sammelns. Darüber hinaus wurden der Volkskunde Objekte zugeordnet, die wichtig für die Geschichte des Landes Niederösterreich waren, also etwa Objekte der niederösterreichischen Stände. Schon vor der Gründung des Landesmuseums, ja sogar schon vor der Formulierung der Gründungsidee, wurden bereits volkskundliche Objekte gesammelt, um sie vor dem Verschwinden in Privatsammlungen zu bewahren. Als das Museum gegründet wurde, waren es dann aber gerade die großen Privatsammlungen des späten 19. Jahrhunderts, die zur Erweiterung des Sammlungsbereichs beitragen sollten. Ganze Spezialsammlungen wurden übernommen. Von Franz Kießling kamen besonders viele Wagen und Gewichte in die Sammlung, aber auch sehr interessante und einzigartige Objekte zur Volksfrömmigkeit und Aberglaube. Vom Horner Notar Eugen Frischauf, einem begeisterten Sammler und Freund von Johann Grahuletz, erwarb das Landesmuseum einen bedeutenden Teil seiner Keramiksammlung. So konnte ein wichtiger Grundbestand an niederösterreichischen Majoliken geschaffen werden. Auch die umfangreiche Textilsammlung wurde durch den Ankauf einer Privatsammlung begründet, in diesem Fall von Leo Eichhorn. Durch diese umfangreichen Ankäufe und durch die Organisation von Dauerleihgaben bedeutender Sammlungen konnte sehr rasch ein breites Spektrum an volkskundlichen Objekten geboten werden. Aber auch das Museum selbst sammelte intensiv. Eine ganz besondere Form des aktiven Sammelns war die sogenannte Sammelfahrt. In den 1920er Jahren machte sich der damalige Kustos Michael Müllner mit einem Lastwagen auf den Weg durch Niederösterreich. Er besuchte Bauernhöfe, fragte Familien nach Geräten, Keramik, Kleidung und auch Möbel ihrer Vorfahren und übernahm eine Auswahl davon in den Bestand der Sammlung. Sogar aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sind noch Sammelfahrten dokumentiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Niederösterreichische Landesmuseum zu einer aufgeteilten Struktur mit Außenstellen weiter. Auch für die Volkskunde sollte ein eigenes Museum geschaffen werden. Realisiert wurde das Niederösterreichische Museum für Volkskultur 1985 im ehemaligen Mayerhof Großschweinbad. Die Präsentation war an den Leitbegriffen Wohnen, Kleidung, Brauchtum und Arbeit im ländlichen Leben orientiert. Wegen der Größe dieses neuen Museums konnten vermehrt auch Fahrzeuge wie Pferdewagen und Schlitten für die Sammlung angekauft werden. Viele wichtige Neuorientierungen der Volkskunde als Wissenschaft fanden ab den 1960er Jahren statt. Mit der Neuausrichtung des Fachs veränderte sich auch das Sammelinteresse. Während die ländliche Welt des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts schon einen großen Teil des Sammlungsbestandes ausmacht, wird seitdem vermehrt auch aus dem Bereich der Alltagskultur in der Gegenwart gesammelt. Themen, die früher eher ungewohnt in einer volkskundlichen Sammlung waren, werden nun wichtiger. Ein Moped, modische Kleidung der Gegenwart, Sportgeräte oder neue Bräuche und auch moderne Formen der Kommunikation. Also alle Bereiche, die das Leben unserer Gesellschaft prägen. Die heute so vielfältige Sachkultur ist allerdings nicht mehr vollständig erfassbar. Deswegen ist es zunehmend notwendig, sogenannte Schwellenobjekte oder Stellvertreterobjekte zu sammeln. Das sind Objekte, die etwa für eine wichtige Entwicklung stehen oder Objekte, die stellvertretend eine ganze Gruppe von Objekten vertreten können. Der Gesamtbestand der volkskundlichen Sammlung liegt gegenwärtig bei etwa 30.000 Objekten. Das Museum für Volkskultur in Großschweinbad wurde 2011 geschlossen. Bestände der volkskundlichen Sammlung sind derzeit im Haus der Geschichte, im Museum Niederösterreich und dem Heidengeburtshaus in Rohrau zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017